Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von Online Fitness Coaching. In diesem Video geht es kurz und knapp um die Frage, worauf man beim Kauf von Vinylhandeln für Frauen achten sollte. Unter diesem Video in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit allen Produktempfehlungen auf www.online-fitness-coaching.com. Tipp Nummer 1, schau dir auf jeden Fall das Gewicht der Handel an und überlege dir, ob du selber eher noch Anfänger bist, Fortgeschrittener, vielleicht auch schon Profi in deinem Training, auf welche Art und Weise du mit den Handeln trainieren möchtest, schneller, langsamere Bewegungen machst meistens und was dein Trainingsziel ist, welches du mit den Handeln erreichen möchtest. Tipp Nummer 2, schau danach, ob die Handeln in Sets erhältlich sind, denn so ist eine Einteilung in verschiedene Trainingsintensitäten möglich. Tipp Nummer 3, ganz wichtig ist natürlich rutschfestes Oberflächenmaterial, damit man die Handeln gut und griffig halten kann. Tipp Nummer 4, mit diesem Hintergedanken gibt es auch Griffsysteme, welche mit Schlaufen arbeiten. Hier kannst du dir überlegen, ob das was für dich ist oder ob dir die Handel ohne Schlaufe auch reicht. Und Tipp Nummer 5, es lohnt sich darauf zu schauen, ob im Lieferumfang noch zum Beispiel ein Handelständer zur Verfügung steht, um die ordnungsgemäße Aufbewahrung zu gewährleisten oder ob zum Beispiel auch eine DVD, eine Broschüre, eventuell sogar ein Buch mit Tipps und Übungen mitgeliefert wird. Ganz viele weitere Informationen zum Thema, worauf es sich zu achten lohnt, wenn man sich Vinylhandeln kaufen möchte, findest du auf unserer Webseite. Unter diesem Video, in der Videobeschreibung, findest du den Link zum dortigen Beitrag und wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gern ein Abo da, wir freuen uns. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Trainieren.